Was tun, wenn du zu viel fühlst? Das kann ein scheinbares Problem sein. Da sind so viele Gefühle. Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und dann bestimmen Gefühle mein Leben und ich bin nicht mehr funktional, ich kann nicht mehr arbeiten und mein ganzes Leben wird auseinanderfliegen und dann werde ich elendig verhungern und auf der Straße landen. So sah es mal in mir aus. Ich dachte, das ist wirklich so. Und die befreiende Botschaft ist, nein, das Gegenteil ist eher der Fall. Das heißt, wenn wir versuchen, unsere Gefühle zu kontrollieren, dann kontrollieren sie bereits unseren Alltag. Weil wenn du deine Gefühle unterdrückst und versuchst, sie zu managen und dein Leben so zu gestalten, dass diese ganzen Gefühle nicht rauskommen, kann das zum Beispiel sein, dass du dir deinen Tag einfach komplett voll lädst. Wie kann ich noch mehr Verantwortung übernehmen? Wie kann ich, Hauptsache, ich renne im Hamsterrad, weil in dem Moment, wo ich stehen bleibe, weiß ich, da sprudelt das alles raus. Das heißt, statt abends abschalten zu können, muss ich mich irgendwie beschäftigen. Und so wird der Stretch immer größer. Ich merke, innerlich brenne ich immer mehr aus. Es wird immer schwieriger, das so weiterzuführen. Aber ich bin getrieben und habe die Idee, wenn ich das nicht mache, kontrollieren Gefühle mein Leben. Dabei mache ich doch das Ganze nur, weil meine Gefühle so stark sind. Das heißt, das ist der Versuch, gegen die Kontrolle, die die Gefühle bereits haben, anzukämpfen. Weil hätte ich diese starken Gefühle nicht, müsste ich nicht so viel managen. Das ist der Beweis dafür, die Gefühle kontrollieren bereits dein Leben. Und da das, wovor du Angst hast, schon bereits Realität ist, ist vielleicht die Frage, wie kannst du es schaffen, dass nicht mehr deine Gefühle dein Leben kontrollieren, sondern dass du wieder der Käpt'n bist in deinem Leben. Wie kommen wir dahin? Und der einfache Weg ist, dorthin deine Gefühle zu erlauben und zu schauen, weil abstellen können wir sie nicht, sondern zu schauen, was ist ein konstruktiver Umgang damit. Stell dir vor, du hast einen Gartenschlauch, der so voll aufgedreht ist und niemand hält ihn in der Hand. Und der spritzt einfach rum, der Grill vom Nachbar wird getroffen, der Nachbar auch, du selbst auch und was weiß ich, das macht keinen Spaß. Das wollen wir nicht haben. Wenn du aber als, sag ich mal, Käpt'n den Schlauch in die Hand nimmst und den Schlauch aufgedreht lässt und sinnvoll einsetzt, kannst du damit deine Blumen gießen. Würdest du den Wasserhahn zudrehen, dann würden die Blumen verdursten. Das heißt, das ist nicht die Lösung, die Gefühle loszuwerden. Das ist die Frage, weil wir haben das halt leider nicht gelernt in unserer schönen Gesellschaft, wie wir mit Gefühlen umgehen können. Und daher kommt überhaupt der Gedanke, ich muss das Wasser abdrehen. Also wenn es kein Wasser gibt, dann gibt es Leben. Das macht keinen Sinn, wenn wir uns näher das Ganze anschauen. Und was dafür wichtig ist, ist erstens, es braucht Zeit. Das ist kein, ja, ich mache mir einen Termin bei einem Coach und dann weiß ich, wie ich mit Gefühlen umgehen kann. Sondern es ist ein Prozess. Gerade wenn man mehr wahrnimmt als andere. Und das sind eigentlich die Menschen, die großteils in meinem Umfeld sind und mit denen ich arbeite. Wir müssen einfach erst mal neu lernen, dass es normal ist, so viel zu fühlen. Und dass das was sehr Positives ist. Weil da, wo viel Wasser ist, können auch viele Blumen mit Wasser versorgt werden. Und da kann viel Leben entstehen. Mehr Leben, als man es bei den meisten Menschen in dieser sehr grauen Gesellschaft sieht. Also ich denke mir immer, wenn ich in die Stadt gehe, wow, Zombies. Zombieland. Das ist keine Zukunftsvision in irgendwelchen Filmen, das ist bereits der Fall. Da laufen lauter Zombies rum, die überhaupt nicht anwesend sind. Ich spüre da nichts. Und ich bin so der Einzige oder ein paar Menschen bekomme ich, oh, da ist noch jemand wie ich. Da hat jemand ein offenes Herz. Da sind echte Gefühle da. Meistens sind es Kinder, teilweise auch Hunde. Manchmal sogar Menschen, erwachsene Menschen. Das ist selten. Und da ist es kein Wunder, dass wenn du einer dieser Menschen bist, dass du denkst, mit mir stimmt was nicht. Meine Gefühle sind das Problem. Das heißt, das ist der Hintergrund, dass wir uns an anderen orientieren, die weniger fühlen oder die es geschafft haben, sich erfolgreich zu töten und den Wasserhahn zuzudrehen. Gleichzeitig ist es so, die Künstler zum Beispiel oder die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, siehst du wahrscheinlich auch die Menschen, wo wir uns magisch hingezogen fühlen. Dann denken wir, wow, da ist so eine Lebendigkeit, da ist so eine Leidenschaft. Ich wünschte, das hätte ich auch gerne. Das ist einfach eine Art und Weise, wie es aussehen kann, wenn die Gefühle wirklich integriert sind. Wenn jemand gelernt hat, damit umzugehen, die da sein zu lassen. Dann ist es einfach nur lebendig und es ist keine Begrenzung. So ein Mensch wird sich nicht denken, wie kann ich mein Leben kontrollieren oder wie kann ich funktionieren, sondern das ist das, was mich ausmacht. Hätte ich das nicht, dann wäre ich kein Künstler, dann würde ich auch kein Geld verdienen. Und das ist dann die Frage, wie kannst du dich selbst, wenn du dich zulässt, wo findest du deinen Sweetspot? Wo ist deine natürliche Umgebung, wo du aufblühst, wo das, was dich ausmacht, gern gesehen ist. Und nicht nur gern gesehen, sondern wo das essentiell ist für deinen Erfolg. Weil dann bist du in so einer selbstgebauten Falle. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als meinem Herzen zu folgen, als ich selbst zu sein. Das ist das, was andere erwarten. Und das gibt einen positiven Feedback-Loop. Das Thema ist ein bisschen komplexer. Genau, wie gesagt, erster Punkt, es braucht Zeit. Und zweiter Punkt ist, es braucht das Umfeld, was dich unterstützt. Weil wenn du nur mit Zombies umgeben bist, dann wirst du nie dein Herz öffnen. Und deswegen habe ich vor zwei Jahren die Selbstcoaching-Ausbildung für bewusste und wahrnehmungsstarke Menschen gegründet, das Authentic Empowerment Network, wo wir genau diesen Rahmen haben, dass einfach Menschen da sind, die genauso sind wie wir, die genauso verrückt sind oder nicht in diese Norm passen von so einer ganz winzigen Box. Und der dritte Punkt ist dann, es gibt einfach bestimmte Coaching-Tools und Prinzipien. Zum Beispiel das Prinzip der Annahme. Eben das einfach da sein zu lassen, was es ist. Dann findet es seinen natürlichen Lauf, seinen natürlichen Fluss im Fall eines echten Wasserflusses. Genau, da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, weil sonst wird das Video zu lang. Das sind einfach diese drei Elemente. Also Zeit, das richtige Umfeld, was dich nähert und ein bestimmter Umgang. Also einfach zu lernen, wie gehe ich mit Gefühlen um, weil das lernen wir halt nicht. Und das alles ist im Authentic Empowerment Network drin. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dazukommen willst, wenn es für dich passt. Findest weitere Informationen unten, sollte irgendwo ein Link sein. Und vielleicht sehen wir uns dann bald im nächsten Workshop. Das Ganze findet übrigens online statt, sind alle zwei Wochen ein Workshop. Es gibt immer die Aufzeichnung. Es gibt ein paar Videokurse, die du auch jederzeit selbstständig erforschen kannst. Und dann, ganz wichtig, gibt es Partner-Sessions. Also, dass die Coaching-Tools, die du erlernst, du dir ausprobieren kannst mit einem Partner, also jemand anders aus dem Authentic Empowerment Network. Dass es so ein gemeinsames Erforschen ist, die Tools erlernen und eben ausprobieren. So ein bisschen wie, wenn du Lesen und Schreiben lernst. Wir schreiben ganz viel, wir lesen ganz viel und dadurch werden wir besser. Dadurch wird es immer selbstverständlicher. Und gleichzeitig unterstützen wir uns eben gegenseitig. So eine Art Coaching-Flatrate. Genau, das ist es für heute. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, falls du Lust hast, dabei zu sein. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Schön, dass es dich gibt.